Burgi, nun ist es offiziell, wir dürfen dich wieder zurück in Hütteldorf begrüßen. Nach acht Jahren kehrst du quasi zurück in deine sportliche Heimat. Wie groß ist die Freude bei dir? Natürlich riesengroß, dass es jetzt alles geklappt hat. Ich bin sehr, sehr glücklich, wieder in Anführungszeichen zu Hause zu sein. Das war mein Wunsch und der ist in Erfüllung gegangen und von dem her bin ich sehr, sehr, sehr glücklich. Kann man schon mal sagen, mit welchen Zielen im Gepäck bist du jetzt wieder in Wien? Ja, als erstes will ich jetzt mal das Trainerteam kennenlernen, die Mannschaft kennenlernen. Ich glaube, dass wir viele neue Spieler sind. Das muss, glaube ich, jetzt alles mal zusammenfinden, dass wir gute Vorbereitung machen, dass wir verletzungsfrei bleiben und dann hoffe ich natürlich, dass jeder Sportler erfolgreich ist. Aber da gehört viel dazu und von dem her ist das Wichtigste, dass alle gesund bleiben. Inwiefern hat sich der Burge, der vor acht Jahren noch das Rapid Trikot getragen hat, jetzt verändert? Ja, ich glaube schon um einiges. Also früher war ich ja noch jung und unerfahren und habe wahrscheinlich auch den einen oder anderen Blödsinn gemacht. Jetzt bin ich 33 Jahre, habe vieles gesehen, habe viele schöne Sachen gesehen, aber auch natürlich nicht so schöne Momente gehabt in meiner Karriere. Und das will ich einfach hier den Jungs auch vermitteln und das Bestmögliche daraus machen, immer vorangehen, immer für die Jungs da zu sein und das wird einmal, ich glaube, das Hauptziel sein. Ich glaube, alle Rapid-Fans freuen sich richtig, dass du jetzt endlich wieder da bist. Wie groß ist deine Vorfreude, endlich wieder vor den Rapid-Fans spielen zu können? Ja, ich habe mir gerade das Stadion das erste Mal angesehen. Ich kenne immer noch das Hanabi-Stadion. Natürlich freue ich mich riesig, wenn ich das Stadion sehe, mit vollem Haus. Es ist natürlich immer etwas Spezielles hier, etwas Schönes und auf diesen Moment freue ich mich echt riesig, muss ich sagen. Danke, Bulge.